Hallo YouTube, mein Name ist der Gond, willkommen zu einem weiteren Let's Play COD 4 Modern Warfare 1 Online Team Deathmatch, wir steigen direkt mal ein und hoffen, dass wir nicht mittendrin spawnen, so wie jetzt, wunderbar, 30 Sekunden noch, geht die Runde los. Also habe ich ein paar Sekunden Zeit, mal ein bisschen was zu erzählen, und zwar werde ich gleich mit einem CSK, Chaoten Sonderkommando Clan Mitglied von mir, namens Tim-97, ein Battlefield 3 Koop zusammen machen, könnte lustig werden oder auch nicht, das werden wir dann sehen, das entscheidet ihr ja immer, ob es denn ankommt und ob es gut ist. Das nur mal so im Voraus, und ja, ich hoffe, es wird euch auf jeden Fall gefallen. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier mal eine richtig geile Runde jetzt mal hier hinlege, auf District Team Deathmatch. Und dann wollen wir mal gucken, was draus wird. Ja, 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 jetzt geht es los. Auch nicht. Jo, jetzt geht es los. Nehmen wir mal die schöne P90 und sehen, zack, Horst endet game. Klasse. Das ist doch sowas von ätzend. Nur weil Mr. Horst keinen Bock hat auf die Karte, verlässt er das Spiel, beziehungsweise schließt das Spiel. Das ist so eine Scheiße. So, raus, nochmal neu rein und hoffentlich nicht mittendrin spawnen. Vielen Dank. Ambush. Hinterhalt. Ja, quasi eine Sniperkarte, wenn man so will. Das heißt wieder Hardcore-Hardscopen für mich und Hardcore-Hardscope-Camping für mich. So in der Richtung. Bla, bla, bla. Ich höre, wie sie gerade über das Headset am Quatschen sind. So, Sniper. Schönes Barrett. Kaliber 50. Ab die Post. Ich bleib überall hängen. Jedes Mal. Laternen oder so. Immer wieder, immer wieder. So. Einmal zum Hardcore-Campen. Hier mal ein Klee-Möhrchen legen. Klee-Möhrchen. Ich liebe diesen Ausdruck. Oh, da hat es schon eine gewischt. Da ist das Blut doch gerade geflossen. Oh, da war einer. Ich glaube, da wäre ich besser bedingt mit gewesen, wenn ich meine P90 eingepackt hätte und wäre mal ein bisschen rushen gegangen. Anstatt hier jetzt rumzukampen und keinen abzukriegen. Tag Nummer 1. Tag Nummer 1. Nummer 2. Wie gesagt, Hardcore-Hardscoper. Ich stehe aber auch dazu. genau läuft genau meinen schuss rein du bist geil er lief direkt in meinen schuss rein finde ich echt geil na toll zu spät ach da war er doch noch mist so zwei abschüsse mehr gleich so hat kenten macht sich ja manchmal doch irgendwie bezahlt war wie es aussieht kommt schon kommt schon einer noch mist das war meiner ihr diebe verdammte scheiße dann hole ich mir den halt so jetzt machen wir mal eine geschichte hier ihr fragt euch jetzt warum warum hast du dich gerade selber getötet ganz einfach und zwar wenn ich gleich den heli nämlich hole und sterbe aber nicht bis ab dem zeitpunkt wo ich den heli geholt habe sammelt der heli die killstreaks für mich und ich sammle quasi mit das heißt wenn der heli dann drei abschüsse machen sollte hat das den vorteil dass ich dann schon mal ein radar kriege wenn ich aber zwischendurch sterbe wird das ganze natürlich abgebrochen bis auf das was ich bis zu dem zeitpunkt natürlich eingesammelt habe so da aber gerade jetzt dann der andere heli von uns in der luft ist jetzt ist er weg jetzt kommt meiner was willst du junge was denn du für ein problem lässt du meine klemmos guck 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 hey team becken mein lieber komm hier liegen räume auf und beschere mir noch einen heli dass die dinger manchmal echt nicht treffen das ist echt übel ja einer noch komm schon einer noch habe ich wenigstens schon mal radar so radar alter falter was ist denn hier los komm machen wir doch mal so so mal ein bild für die götter hier die runde ist sowieso gleich vorbei post ended game mal wieder oh man das sind mir luschen und flaschen hier echt naja immerhin ein 10 zu 0 äh 10 zu 1 11 zu 1 ja immerhin gut dann war es das auch schon wieder für diese runde vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja daumen hoch falls ihr auf das video gekommen seid durch zufall und habt mich noch nicht abonniert dann ruhig ein abo hinterlassen ich freue mich drüber ansonsten anregungen kritik lob alles was euch einfällt ab in die kommentare damit ich bedanke mich ich sage bis zum nächsten let's play ciao bei bei auf wiedersehen sagt euer dagont bye bei 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 Auf auch bei 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 by le bei 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 그러니까 hell nd bin launched Gut Oh, 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 oh